Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlow mit BMZ Nummer 694 und den Themen Classic, World First Race, Veganer mag ihr Tisch und Chat-Moderation. Ich habe noch ein paar allgemeine Themen, vielleicht mache ich die noch am Ende. Fangen wir mal mit einem an, was ich mir ausgesucht habe und zu dem es gar keine Frage von euch bislang gab. Ich gehe aber mal davon aus, oder wir tun einfach mal so, als hätte es die gegeben oder würde es die noch geben, weil ich davon ausgehe, dass uns einige Leute interessieren wird. Weil wir viel über das Thema eigentlich in der Vergangenheit, bevor es losgegangen ist, gesprochen haben. Und da es noch relativ brandheiß ist, nehmen wir das heute. Das Classic World First Race ist seit dem Wochenende vorbei. Ich glaube es war Samstag Nacht oder von Samstag auf Sonntagnacht, wo eine Gilde, soweit ich weiß, aus Privatserver-Veteranen, relativ unspektakulär Ragnaros gekillt hat und ich glaube auch später noch Onyxia. Onyxia glaube ich nur mit 34 Mann und nur die Hälfte davon max level. Und bei Molten Core sah es nicht viel anders aus. Also es waren lange nicht alle max level und es ist im ersten Versuch gelungen Ragnaros zu töten. Ich muss gestehen, dass ich doch arg überrascht bin, dass es so schnell ging. Mir war schon klar, dass die Encounter und alles jetzt nicht irgendwie der nach heutigen Maßstäben anspruchvollste Content sind. Und da spielt es auch nicht die Rolle, ob Leute Erfahrung oder nicht Erfahrung hatten, irgendwie auf Privatservern zu spielen. Weil es gibt jetzt manche, die so tun und als wäre die Erfahrung auf Privatservern ausschlaggebend dafür gewesen, einen Boss schnell zu killen. Davon gehe ich nicht aus, weil es, wenn das ein sehr komplexer, wenn das sehr komplexe Bosse mit sehr komplexen Mechaniken wären, mit viel Eigenverantwortung, viel Strategie und Taktik, dann würde ich sagen, ja auf jeden Fall, das spielt eine große Rolle. Nur, dem ist ja nicht so, bei den Bossen in Molten Core und auch bei Onyx ja nicht. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Ich habe mich da trotzdem insgesamt sehr getäuscht. Ich habe gedacht, irgendwie so ganz, ganz grobe Richtungen, eine Woche für das Leveln auf max level, so ganz grob und dann nochmal eine weitere irgendwie für Zugänge, Ruf, Equipment Farmen. Und ich ging halt davon aus, dass man schon 60er braucht mit halbwegs brauchbarem Equipment. Um dann eine Chance zu haben, durchzukommen in Molten Core. Die meisten von euch werden es von damals so kennen, dass man sich halt nach und nach den einen oder anderen Boss gelegt hat und dann natürlich auch Ausrüstung bekommen hat im Raid und mit besserer und besserer Ausrüstung unter anderem aus Molten Core dann irgendwann Ragnaros gelegt hat. Ich musste insofern hier meine eigenen Socken fressen oder einen Besen oder was auch immer ich sonst gesagt habe, weil ich erwartet hätte, dass das ein viel, viel spannenderes Rennen wird zwischen so Privatserver erfahrenen und Liveserver erfahrenen Spielern. Zum einfachen Grunde, weil ich mir dachte, wer auf dem Privatserver die Erfahrung hat, dem traue ich halt zu, dass er so den Levelprozess und so ein Kram halt besser hinbekommt, als Leute, die das nicht oder ja praktisch noch nicht und nahezu nicht gemacht haben. Es waren ja einige bei Method dabei, die nur, keine Ahnung was, in der Beta mal bis Level 20 oder 30 gespielt haben. Hätte aber gedacht, dass das Wissen darum, wie man Encounter angeht, wie man sich equippt und so weiter, zusammen mit den Spielerfähigkeiten eine viel, viel größere Rolle spielt, dem war nicht so. Also es war halt mehr oder weniger so, wer zuerst in Molten Core war, der konnte mehr oder weniger zuerst den Boss legen oder hatte zumindest gute Chancen, das zu tun. Ja, das hat mich gewundert und gleichsam auch, ich will nicht sagen sehr enttäuscht, aber ein bisschen enttäuscht. Ich sag nochmal dazu, ich hab, glaube ich, noch ein sehr gutes Gefühl dafür, weil ich damals gespielt hab und auch in der gesamten Zeit danach gespielt hab und immer wieder mal diverse Rates gemacht hab, wie es sich so aus heutiger Sicht verhält mit Mechaniken, mit Klassendesign, Balance und so weiter und so fort. Und ich hab ja mehr als einmal auch in den vergangenen Monaten und Jahren halt gesagt, dass für heutige Ansprüche diese Rates halt relativ trivial waren. Ich hätte halt nicht gedacht, dass es so extrem ist. Ich hab eigentlich die Leute schon fast für wahnsinnig erklärt, die geglaubt haben oder gesagt haben, innerhalb der ersten Woche fällt Ragnaros oder Onyxia. Ich hab gedacht, das ist ein hehres Ziel, aber ich hätte nicht unbedingt damit gerechnet. Also ich hab's eigentlich für eher unwahrscheinlich gehalten. Hab mich damit sehr getäuscht, weil es war deutlich weniger als eine Woche, die es insgesamt gedauert hat, bis die Bosse gefallen sind. Und so ein Stückchen hatte ich halt gehofft, dass es halt irgendwie so ein paar Wochen sind. Und ja, es ungefähr so spannend halt ist wie die aktuellen World First Races und sich die Gruppen halt sehr, sehr anstrengen müssen und irgendwie hier und da noch ein bisschen tunen und in dieses und jenes Dungeon noch reingehen, um das Equipment zu verbessern und so weiter und so fort. Und keine Ahnung, dass zum Beispiel ich, aber ich hab bei mir ist ja wieder so ein Komma auch am Ende nochmal zu, dass ich gesundheits- oder krankheitsbedingt im Moment nicht so wirklich viel WoW gespielt hab, dass man selber vielleicht schon am Max-Level kratzt zumindest, bevor der erste Frost tot ist. Dem ist jetzt bei mir nicht so. Ich war glaube ich Level 22 auf dem Priester und 16 oder 17 oder 18 oder so auf dem Paladin, als das passiert ist. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt für die Gilden aussieht, wie zum Beispiel die, in der ich auch drin bin, die ihrerseits sich auf den Weg machen in die Raids und nach Molten Core und vielleicht dann Onyxia und dann später BWL und so, wie das da mit dem Tempo aussieht und mit der Spielerfahrung. Ob das etwas ist, was noch ansatzweise sich wie Progress anfühlt oder ob das eher so ist, wie mit, ja, wann haben wir das denn gemacht? In Warlords of Draenor haben wir mal so eine Level-Stop-Gilde gemacht, wie dann mit so derart equippten Charakteren in die Raids reinzugehen und festzustellen, dass man das meiste doch relativ gut hinbekommt. Und wobei es auch da zwischendurch einige Bosse gab, in AKU zum Beispiel die Twins, für die wir zumindest mal einen kompletten Abend und 30, 40 Versuche gebraucht haben, bis die gelegen haben. Also es war nicht alles trivial, es waren aber sehr viele Bosse zu dem Zeitpunkt halt trivial. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, weil ich glaube, dass das eine interessante Frage sein wird für diejenigen, die sich überlegen, halt über längere Zeit bei Classic dabei zu bleiben. Es gibt viele, die ein Interesse daran geäußert haben, diesen PvE-Bereich zu spielen und da irgendwie Spaß dran haben. Ich glaube aber auch, dass das so ein bisschen damit stehen und fallen wird, wie spannend der sich dann anfühlt. Und ja, da warte ich jetzt mal irgendwie ab. Ich hoffe, dass ich es in nächster Zeit schaffe und in nächster Zeit die Gesundheit es zulässt, dass ich mal wieder ein bisschen mehr Zeit in WoW und dann damit auch beim Streamen verbringen kann. Aber aktuell ist es nicht so extrem rosig und viel, was ich da machen kann. So, jetzt aber zu euren Fragen. Prinz Valium, hey Barlow, ich zocke gerade einen Mage of Classic hoch. Dabei stellt sich folgende Frage, ist herbeigezaubertes Essen vegan? Auf der einen Seite werden dafür keine tierischen Ressourcen benötigt, auf der anderen Seite wird das ja quasi von einem Lebewesen hergestellt wie Honig. Wie stehst du zu dieser schwierigen Frage? Naja, nur dadurch, dass etwas von einem Lebewesen hergestellt wird, heißt ja nicht, dass es nicht vegan sein kann. Wir stellen auch, keine Ahnung was, Zucker oder so her, der kann auch vegan sein. Oder Mineralwasser, das kann auch vegan sein. Also Herstellung ist ja nicht gleich Herstellung. Wenn Tiere etwas herstellen oder produzieren, dann ist das ja meistens unmittelbar etwas, was quasi mit ihrem Körper produziert wird. Das ist für Menschen hoffentlich bei den meisten Nahrungsmitteln, die wir kaufen, nicht so. Und beim Magiertisch, das ist insofern eine gute Frage, als dass ich es vielleicht spannend finden würde, mal herauszufinden, wie genau die Lore hinter diesem herbeigezauberten Essen ist. Ist das tatsächlich irgendwie aus Arcana-Energie erzeugtes Essen? Wenn ja, woher nimmt der Magier diese Energie eigentlich? Also vermutlich irgendwie von außerhalb irgendwo. Oder, also ist es herbeigezaubert und wäre irgendwo anders existent gewesen? Oder ist es einfach nur Energie, die umgewandelt ist in Essen? Auch wenn du die Frage nicht ganz ernst meinst, ich finde sie irgendwie ganz lustig. Meine Theorie ist, oder meine Überzeugung ist, dass es Arcana-Energie ist, die in Essen umgewandelt ist. So ungefähr wie wir umgekehrt, Essen ja umwandeln in Energie, mit der wir unseren Körper quasi betreiben. Umgekehrt und in diesem Fall halt nicht mit der normalen Energie, die man so kennt, sondern mit magischer Energie. Das ist meine persönliche Erklärung und damit würde ich sagen, ich glaube, ich würde das nicht als, also ich würde es als veganes Essen bezeichnen. Ich bin nur gespannt, ob wir irgendwann jemals in der Situation sein werden, dass das in Spielen eine Rolle spielt. Bin mir nicht ganz sicher. Meint ihr, es gibt so Veganer, die so krass drauf sind, dass sie Wert darauf legen, dass Nahrung im Spiel, die sie zu sich nehmen, vegan ist? Eigentlich schon, oder? Weil das ja so eine gewisse Rollenspielkomponente auch hat. Ich überlege halt gerade, wenn ich Spiele spiele, dann setze ich mir manchmal einfach nur so eigene Regeln. So ganz beliebige eigene Regeln, die das Spiel so ein bisschen, dem Spiel so ein bisschen mehr Kick oder und Schwierigkeit geben. Ich habe zum Beispiel neulich Fallout gespielt und dachte mir, ich spiele jetzt mal Fallout auf der schwierigsten Stufe, ohne Stimpacks zu benutzen. Es ist immer noch relativ einfach bei dem Build, den ich benutze und den Waffen und der Kenntnis, die ich habe. Aber es ist immer noch relativ einfach. Aber einfach nur, um das zu machen. Und wenn ich Essen zu mir nehme, ich habe so eine Mod installiert, mit der kann man Essen zu sich nehmen, das irgendwo rumliegt. Man muss das nicht erst aufheben ins Inventar und dann im Inventar suchen. Diejenigen von euch, die Fallout spielen, werden wissen, wie nervig das ist. Sondern man kann es direkt quasi aus dem Regal essen. So, also, und dann habe ich das so gespielt, dass ich gesagt habe, ich nehme keine Stimpacks und benutze halt nur Sachen, die ich unmittelbar von einem Regal oder vom Boden oder so essen kann. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es auch interessant sein könnte, ein Playthrough zu machen von diversen Spielen, wo man nur vegane Dinge zu sich nimmt. So, hey. Wie die Moderation in einem Twitch-Chat funktioniert, du moderierst ja deine Chats selber oder nicht. Na, ich habe einiges an Moderatoren. Also, keine Ahnung, dutzend mindestens. Also, wenn wir die Inaktiven mit reinrechnen, vermute ich eher 20 oder so. Aber es sind einige Moderatoren unterwegs, die mir dabei helfen und, um nicht zu sagen, den größten Teil der administrativen Arbeit abnehmen. Gibt es verschiedene Level von Ben? Eine Stunde, einen Tag? Ja, gibt verschiedene. Es fängt an bei einer Sekunde. Es ist einfach nur ein Purge. Da wird dann halt irgendwie ein Satz rausgepurge, gelöscht. Dann gibt es 10 Minuten. Oh Gott, es gibt eine Stunde, glaube ich. Also, 24 gibt es auch per Mal Ben. Und ich glaube, theoretisch könnte man jede Zahl dazwischen auch einfach als Zahlenwert angeben und jemanden Ben, solange man möchte. Ich darf jetzt im Chat von Method nichts mehr schreiben, weil ich, äh, weil ich Deutsch schrieb. Keine Verletzung der allgemeinen SOT. SOT. Also, egal. Begründung war vom Moderator keine Fremdsprachen, egal was da stand. Ähm, was machst du, wenn du mal einen schlechten Tag hast und dir einfach alles auf den Sack geht, aber man seinen Dienst verrichten muss? Hast du dann manchmal Bock, einfach alles zu backen, um in Ruhe spielen zu können? Nee, wenn das so ist, dann, dann streame ich nicht. Also, wenn, wenn ich so eine schlechte Laune hätte, dass mir jeder auf den Sack geht, dann mache ich einfach den Stream nicht an. Beziehungsweise gibt es Tage, wo du großzügiger bist und, äh, manche, wo du einfach den Chat rasierst. Ich stelle mir das recht, äh, sehr schwer vor, weil man dann noch sehr schnell in der Blase sitzt. Alles, was mir nicht passt, weg. Schöne Welt. Ähm, also, ich kann dir mal sagen, wie ich das bei mir sehe. Ähm, für mich ist der Stream mein Wohnzimmer. Und, ähm, da will ich Spaß haben. Mit Leuten, die da gerne sind und die ebenfalls Spaß haben. So, mal vereinfacht gesagt. Also, das heißt nicht, dass man nicht irgendwie auch Dinge anmerken kann oder so, die, die, ähm, die mir vielleicht nicht gefallen oder so. Das heißt aber für mich, dass ich, dass es überhaupt keinen Grund gibt, ähm, Leuten das Schreiben zu erlauben und zu ermöglichen, deren, deren Hauptziel es ist, zum Beispiel zu provozieren. Und, äh, jemanden zu versuchen, aus der Fassung zu bringen. Und, äh, diese Art von, von Menschen, die sind, ähm, nicht so selten, wie man es sich wünschen würde, sagen wir es so. Es ist absolut nicht die Mehrheit. Gerade bei mir ist es absolut nicht die Mehrheit. Aber selbst wenn das einer von 100 ist, wenn ich mehrere hundert Zuschauer oder sogar im Bereich tausend mehr Zuschauer habe, wie das in manchen Streams halt passiert, dann hast du da plötzlich bei einem von 100 schon 5 oder 10 oder 15 Leute, die sich auf diese Art und Weise, ähm, ähm, äußern. Und, ähm, warum sollte ich mich mit Leuten unterhalten, mit denen ich keinerlei Spaß habe und die keinen interessanten Mehrwert für mein Leben haben, wenn es schon schwer genug ist, mich mit den Leuten zu unterhalten, mit denen ich Spaß habe? Manchmal ist es so, dass die Leute glauben, dass man ihnen eine Plattform schuldig ist, wo sie sagen können, was sie möchten. Dem ist nicht so. Dem ist einfach nicht so. Also nicht in meinem Channel. Warum sollte dem auch so sein? Wie schon gesagt, das ist mein Channel, das ist mein Wohnzimmer. Das Wichtigste für mich ist, da selber Spaß zu haben. Und wenn ich Spaß habe, dann sorgt das meistens dafür, dass auch zumindest der eine oder andere sonst, der zuschaut, auch Spaß hat. Umgekehrt, wenn mir jemand die Laune grundsätzlich dauerhaft immer wieder verhageln würde, dann würde das meinem Spaß einen großen Abbruch tun und vermute ich auch dem Spaß derer, die zuschauen. Das mag bei anderen Streamern anders sein. Es gibt Leute, die lassen sich, die lassen ihren Chat quasi fast unmoderiert laufen. Es gibt auch Leute, die glauben, dass es irgendwie, also die ignorieren ihren Chat oder lassen sich beleidigen oder sonst was. Bei mir ist das halt anders. Ich lege da eher einen sehr, sehr großen Wert drauf, dass wir eine vernünftige Art und Weise haben, wie grundsätzlich miteinander umgegangen wird. Und dazu gehört halt nach Möglichkeit, nicht zu trollen. Das mit dem Trollen ist immer so ein schwieriges Ding, weil die Reinform von Trollen eigentlich ist ja nicht irgendwie ein Witz zu machen oder so. Sondern dieses Trollen ist ja üblicherweise so eine Gratwanderung auf dem, was eigentlich den Richtlinien entsprechend erlaubt ist oder erlaubt sein müsste, im Versuch, jemanden aus der Reserve zu locken. Das ist so diese hohe Form von Trollen. Ich habe doch nur was gefragt oder so. Das ist doch dieser Klassiker. Manchmal ist das so. Manchmal hat jemand nur etwas gefragt, aber manchmal ist das in den Situationen halt absolut nicht so. Da wird halt unterstellend irgendetwas gesagt zum Beispiel. Was ich immer, wo ich immer weiß, dass es sehr schnell aus ist, wenn jemand halt, ich antworte auf irgendeine Art der Provokation und dann kommt von jemand anderem, warum hast du eigentlich immer so schlechte Laune oder so, wo ich halt weiß, das ist jetzt nur zum Sticheln und zum Provozieren gedacht. Das ist so ein Satz, der mich relativ schnell dazu bringen wird, einfach denjenigen direkt zu muten. Meistens erstmal kurzfristig, erstmal für 10 Minuten oder für eine Stunde oder so. Und dann kommt oft irgendwie per Whisper oder so, ich habe doch nur eine Frage gestellt. Nee, hast du nicht. Also du hast ja was unterstellt in deiner Frage. Das ist das Problem daran. So. Und in 90 Prozent der Fälle mache ich die Moderation nicht selber. Also ich selber mache keinen temporären Bands oder Permabands oder so, sondern es sind meistens Moderatoren, die ein sehr gutes Gefühl dafür entwickelt haben, von Dingen, die zu einem interessanten Miteinander im Chat führen, sage ich mal, und Dingen, bei denen das nicht der Fall ist. Es gibt halt auch so Diskussionen, die hat man halt schon 100 Millionen Mal geführt und dann kommt irgendjemand rein und möchte diese Diskussion nochmal vom Zaun brechen oder so. Das ist dann manchmal Pech für denjenigen, wenn du halt weißt, er hat es vielleicht wirklich nicht, also er hat das wirklich nicht zum Provozieren gemacht, der kennt die Situation vielleicht nicht oder so. Nur wir lassen üblicherweise auch alle mit uns reden, wenn jemand sagt, das war zu Unrecht. Ich glaube, dass das zu Unrecht war, dass du mich gemutet hast oder so oder gesperrt hast oder so. Und in allermeisten Fällen, wenn jemand das sagt, wenn jemand mich zum Beispiel anschreibt und sagt, hör mal, du hast mich eben gesperrt, aber das war überhaupt nicht so gemeint, wie du es verstanden hast oder so und das wäre cool, wenn du mich entsperrst, dann werden die Leute entsperrt. Es gibt aber auch manchmal den Fall, wo man, nachdem jemand einen temporären Bann bekommen hat und wieder raus ist aus dem Bann, als allererstes sofort rumpöbelt und dann den nächsten Timeout kassiert und so. Was das jetzt bei den Fremdsprachen betrifft, also ja, man muss sowas halt relativ klar kommunizieren und ich verstehe das absolut, dass das so ist, wenn ich sage, ich mache meinen Channel in einer bestimmten Sprache und da ist so viel los, dass es schon schwer genug ist, überhaupt irgendwas mitzubekommen und nachzuverfolgen. Da möchte ich nicht, dass irgendwie die Leute sich in x verschiedenen Sprachen in dem Channel unterhalten, verstehe ich das. Ich finde das bei mir nicht so extrem schlimm, weil manchmal ist es halt so, dass Leute Fragen auf Englisch stellen, auch wenn ich mich immer wieder wundere, warum sie dann in meinem Channel sind, wo ausschließlich Deutsch gesprochen wird. Aber ich habe dann kein Problem damit, das auch auf Deutsch zu beantworten und gehe halt üblicherweise auch davon aus, dass die meisten grundsätzlich in der Lage sind, eine englisch geschriebene Frage zu verstehen, im Groben und Ganzen. Das ist umgekehrt aber nicht der Fall beim Deutschen. Deutsch sprechen halt lange nicht so viele wie Englisch und dann steht da irgendwas, mit dem 90 Prozent der Zuschauer nichts anfangen können und das möchte man halt da nicht unbedingt haben. Und wenn du halt sagst, da wurde irgendwie gespammt und so, dann ist es halt so, dass das manche so als quasi so eine kleine, kleine, so ein Aufruf dazu verstehen, jetzt mal so ein bisschen zu spammen auf Deutsch oder so. Und dann ist natürlich klar, dass die Moderatoren sagen, so, wir müssen eben jetzt so ein bisschen Einheit gebieten. Aber ja, so ganz grob ist das bei uns. Kurz zusammengefasst, der Stream vor allen Dingen ist mein Wohnzimmer und in meinem Wohnzimmer ist es schon schwer genug für mich, wenn entsprechend viel los ist, den Leuten Feedback zu geben und mit den Leuten zu interagieren, mit denen es Spaß macht, das zu tun. Und deswegen lege ich keinen gesteigerten Wert darauf, das mit Leuten zu tun, mit denen es keinen Spaß macht. Bei YouTube sieht das ein bisschen anders aus. Bei YouTube kommt es immer so ein bisschen darauf an, da mache ich die Moderation auch praktisch komplett alleine, kommt es immer so ein bisschen auf den Ton an, der die Musik macht. Da gibt es schon sehr viele Sachen, die in den Kommentaren passieren, denen ich absolut nicht zustimme, die ich aber trotzdem drin lasse. Auch das passiert grundsätzlich bei Twitch auch, aber bei Twitch ist es halt häufiger so, dass die Leute die direkte Ansprache wählen und quasi versuchen, direkt etwas zu provozieren. Das ist bei YouTube nicht so. Bei YouTube ist es häufiger so, dass Kommentierende sich miteinander zum Beispiel auch über ein bestimmtes Thema unterhalten und austauschen. Und ja, das können sie halt grundsätzlich tun, wie sie wollen. Und ich bin dankbar, dass ich die Moderatoren habe, die ich habe, die, wie gesagt, ein sehr gutes Fingerspitzengefühl aus meiner Sicht dafür haben, wie Moderation zu gestalten ist und das sehr, sehr gut machen. Was aus meiner Sicht daran zu erkennen ist, dass in dem Twitch-Chat, in dem Channel natürlich immer in Abhängigkeit von dem Thema, von der Zuschauerschaft und ob Startseite oder nicht Startseite oder sonst was, aber in den allermeisten Fällen ein sehr, sehr ziviler Ton, eine sehr, sehr zivile Umgangsform herrscht, in dem ich das ein bisschen das Gefühl habe, dass die Leute lieber nichts schreiben, als Kacke zu schreiben. In anderen Channels scheint das das exakte Gegenteil zu sein. Da wird halt lieber irgendwas gespammt, als die Klappe zu halten. Und ja, das finde ich im Großen und Ganzen sehr, sehr gut. Dadurch kann es mal passieren, gerade irgendwie zu späteren Zeiten oder zu sehr frühen Zeiten, wenn nicht so viele Zuschauer da sind, dass der Chat halt nicht durchscrollt wie wild, sondern dass halt nur relativ wenig passiert. Aber im Großen und Ganzen gibt es mir fast immer die Möglichkeit, zumindest alles oder nahezu alles zu lesen, was geschrieben wird, mit Ausnahmen. Aber vieles, sagen wir immer so, von dem zu lesen, was geschrieben wird und auch mit den Menschen, die zuschauen, zu interagieren. Und erstaunlicherweise, ich hätte nicht gedacht, dass mir das so wichtig ist, aber die Situation habe ich gehabt, dass neulich der Chat ausgefallen ist, wo ich meinen Stream, glaube ich, eine halbe Stunde danach beendet habe, vor ein paar Monaten oder Wochen war das der Fall. Weil gar kein Feedback zu haben oder geben zu können in Form von Chat, fühlt sich bei dem Format, beim Stream, total merkwürdig an für mich. Hätte ich gar nicht so gedacht. Ich hätte halt gedacht, dass es halt so ein bisschen so ist wie bei YouTube dann halt. Aber so ein Live-Format ohne Feedback macht mir persönlich irgendwie gar keinen Spaß. So, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr beglückt mich weiterhin mit vielen interessanten Fragestellungen. Und jetzt noch ein bisschen zum Abschluss. Genau, das wollte ich noch mal loswerden. Ich glaube, eins davon muss ich zumindest auch mal auf Twitter updaten. Die Frage nach Gesundheit und Gesundheitszustand. Ist immer schwer zu sagen. Ich bin immer noch in Behandlung, habe immer noch Magenprobleme, muss nächste Woche zum nächsten Arzt. Da habe ich heute, heute ist Montag, den Vormittag damit verbracht, einen entsprechenden Termin zu machen, was gar nicht mal so leicht ist. Weil eigentlich würde man sich ja wünschen, dass es idealerweise, dass man Online-Termine machen kann. Kann man bei manchen Ärzten auch, aber nicht bei allen. Oder, dass man die Möglichkeit hätte zu sagen, so, ich brauche jetzt den und den Arzt oder den und den Berufszweig bei einem Arzt und habe jetzt irgendein Portal, wo ich sagen kann, wo wäre denn der nächste Termin bei einem Arzt in meiner Nähe, also in meiner Stadt zumindest, den ich wahrnehmen könnte. Auch das wäre praktisch, ist aber leider nicht der Fall. Stattdessen muss man mitunter irgendwie stundenlang telefonieren und hat dann so, das ist kein Witz übrigens, bei manchen Ärzten so Anrufzeiten, ich glaube, der eine hatte zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr und dann nochmal irgendwie von 11 bis 12. Das waren die einzigen Zeiten, wo man dort anrufen konnte zur Terminvergabe und auch nur unter der Woche. Aber gut, wenn diejenigen sich das in der Form erlauben können, dann ist es halt nur doof für Menschen wie mich, die versuchen, einen Arzt zu erreichen und anzurufen. So, also ich bin immer noch lange nicht fit und habe deswegen auch immer noch die Streams und die Content-Produktion so ein bisschen auf Sparflamme laufen momentan. Ich hoffe, dass ich zumindest im Laufe der Woche wieder die Vormittage nutzen kann, um so ein bisschen zu streamen. Ich wollte eigentlich wirklich zumindest ein klein wenig aktiv sein in Classic unter so ein wenig Leveln, was aber bis auf Weiteres auf Eis gelegt ist, bis ich so wieder voll zu Kräften gekommen bin, wird der Lore Talk sein. Und die Sachen, die ich trotzdem weiterhin machen möchte, weil ich sie vor allen Dingen jederzeit machen möchte, ohne Terminabsprache und so, sind BMZ. Und ja, den Podcast ohne richtigen Namen auch, aber der hängt nicht nur von mir ab, der hängt auch von dem Etienne und Jochen ab und wie das bei denen so mit der Zeit aussieht. So, jetzt aber Feierabend für heute. Macht es gut und tschüss, sagt euer Onkel Bardo. So, jetzt geht's gut. Vielen Dank.